Willkommen zu diesem wunderschönen Video mit der Weisen heute. Oh, okay, 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 okay. Es wird direkt gepostet hier von Hauptnah. Benny ist mit dabei und Cengiz ist mit dabei. Hallo, hallo, hallo. Wir spielen heute den neuen Modus, heute 20er Teams und... Oh, zusammen die beiden. 20er Teams habe ich schon mal mit Micky gespielt. Wie das genau aussieht, gibt es hier einen ganz kurzen Zusammenschnitt für euch. Ach so, ja jetzt. Der Arme, Alter, der Arme. Ey, vor mir war gerade auch noch so ein Typ mit diesem Try-Hard-Skin. Der ist, glaube ich, rechts zur Tankstelle gelaufen. Bei mir ist einer. Mal rein, Bro, sorry. Boah, da kriegt er eine Schelle. Der Auerfakt 0-2. Micky vor uns auf der Straße, nach rechts zu diesem hässlichen Haus. Waut sich hoch, waut sich hoch. Da baut sich mega hoch. Auf geht's, Digga. Oh, meine Skar. Oh! Eine Katze. He? Heißt das was? Ja. Ich habe auch noch einen. Tut mir leid, Bro. Ich muss dich exekutieren. Auf Wiedersehen. Gegenüber von uns. Haben wir... Oh! Leute, wir sind nur noch wir. Es sind nur noch wir am Leben. Rebi, Rebi hier bei mir. 16. Unten im Wasser. Auf geht's, Digga. Oh mein Gott, sollen wir... Oh Gott, die Zone kommt schon wieder... Was? Hä? Was? Warte mal, wie kann das sein? Okay, ich glaube, das stimmt was. Ich habe hier einen Jump-In. Ne, aber das ist doch... Äh, was? Hä? Warte mal, das habe ich noch nie gesehen. Also die Zone ist gerade angekommen. Hä, das ist buggy. Das ist buggy, Alter. Was geht ab? Ja, schaffen wir ja nicht, oder? Schaffen wir ja nicht. Können wir ja komplett... Ich hab den Jump-In. Nein. Ich hab noch einen Mini-Kids. So, sogar mit drei Mini-Kids. Nein, 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 nein. Die Zone ist bei Retail-Row, okay? Hä, wie kann das denn sein? Oh mein Gott, mach's gut, Cengiz. Ja, ich bin da. Die Zone ist schneller in dem Modus, vor allem die Leute. Okay, Jungs, ich mach mich auf den Weg. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid. Ihr habt's gesehen, Leute, sieben Kills. Es war auf jeden Fall ganz geil. Bis dann die Zone kam und wir gesagt haben, Äh, Entschuldigung, Epic Games, äh, Zone, äh, schwierig. Ja, hat dann nicht mehr so ganz geklappt, aber es hat auf jeden Fall eine Menge Bock gemacht und ich würde sagen, jetzt holen wir uns auf jeden Fall hier die verdienten Sieg. Da brauchen wir natürlich ein bisschen Carry, deshalb hab ich halt Cengiz dabei und die zwei Buddies sind auch mit dabei. Maker. Easy Carry, wie ich glaub's. Easy Carry, Alter. Wo geht ihr denn immer runter im 20er-Modus? Boah. Wir sind über. Wir müssen die Teammates beten, dass die wohin gehen gemeinsam. Das kriegen wir niemals hin. Dass sie nicht random stoppen. Die meisten gehen immer tilted einfach. Warte, warte, ich hab ne Taktik. Also, wir laden jetzt direkt und jetzt drückt direkt auf die Map und wir markieren jetzt irgendwas, wo die Mates hingehen. Pleasant Park. Okay, Pleasant Park. Direkt Pleasant Park markieren. Okay, okay, okay. Und ich sag's dir, alle Teammates gehen dahin. Ah, das ist das Mehrheitsprinzip einfach, ne? Genau. Ah. Gruppenzwang, Gruppenzwang. Ja, man hat auch schon immer in der Schule immer ganz gut funktioniert. Wir machen's so. Guck mal, wir haben von unten das eine Team, der Vierer Squad und hier oben das große, die große Armee und noch eine Person, die noch tiltet, aber jetzt wieder abdreht. Das ist ne Aufteilung, taktisch. Wisst ihr, wir nehmen quasi die Map gemeinsam ein. Versteht ihr? Der Gruppenzwang hat funktioniert, guck dir das an. Bis auf vier Leute. Ich bin so scheiß gelandet, dass ich auf jeden Fall keine Waffe habe. Hauptner, wenn du da unten was findest, dann behalte ich's. Ah, ich habe immer eine AR, eine AR. Okay, ja, reicht schon. Ich habe doch einen Busch für dich, Hauptner, wenn du möchtest, ne? Also den teile ich gerne. Ne, 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 ne. Hey, warum das denn nicht? Wieso sollte man denn nicht? Alter, das ziehe ich doch nicht an. Ich hab schon einen. Oh, oh! Okay, wollte ich gar nicht so genau wissen an der Stelle. Hier ist jetzt keine Ahnung. Oh mein Gott, wir müssen laufen. Ja, wir müssen jetzt schon los, oder? Ja, das ist krass. Ja, alles los, los, los. Ich hoffe, die Teammates raffen das auch, dass die weg müssen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Guck mal, aber hier unten die vier. Bei Moisty Meyer, die, Alter, die im Prison Jungs. Das sind die vier, die, wo ich groß Vertrauen habe, weißt du? Genau, Cengiz, ich fühle, ich fühle, ich fühle. Hast du vier vier jetzt? Wir holen jetzt, komm, auf geht's. Benni, in der Tankstelle den Loot, der gehört übrigens mir. Nur, dass du es nicht vergisst. Ne, 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 der gehört mir. Boah, du bist so ein Ehrenloser. Ich esse keinen Loot. Oh mein Gott, goldene Sky hier unten. Ja, Mann. Never. Was? Doch, doch, Benni. Aber ich werde sie dir nicht zeigen. Niemals. Ich werde das ganze Game nicht rausholen. Aber ich hab sie. So, Benni, jetzt hier oben schon am Tryharden. Jetzt gleich kommt der Headshot. Ich sag's dir. Das ist ein Gegner. Das ist weak, One-Shot. Ich dachte mir, dass das ein Gegner ist. Weil ich dachte halt nicht, dass du auf ein Haus schießt, Bruder. Doch, auf ein Haus ist auch nett. Wollt ihr jetzt ehrlich, außerhalb der Zone gegen die Ferne leiten? Nein, eigentlich nicht. Komm, Hauptmann, das brauchen wir nicht. Komm, Hauptmann, wir machen unseren Trait hier. Komm, wir gehen hier runter. Warte, ich bin schon gehetet worden. Gar keinen Bock da drauf. Komm, Hauptmann, weißt du? Wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht. Okay, jetzt haben wir grad zwei Leute verloren. Aber die waren es auch einfach nicht wert, muss man dazu sagen. Die waren zu scheiße. Die waren einfach beschitten, ganz ehrlich. Und mit sowas brauchen wir es auch gar nicht erst abgeben. Oh, da kommen so viele rausgeregnet, Alter. Komm, gerade das Team aus Tilted Towers. Ist so. Ich seh die da unten, wie die Arbeiten. Es sind zehn Stück mindestens. Lass sie holen. Komm, auf geh. Es sind ein paar Snacks. Ich glaub, die laufen links rum. Ja, ich geh schon links. Nice, nice, nice. Let's go. Ich hör, sie nehmen mir zwei Stück. Einer, genau. Oh, ja. Hier unten ist noch ein Gegner. Braucht noch jemand Schildränke? Ich hab noch zwei. Ich würde ihn nehmen. Nee, aber wir sollten eigentlich laufen. 20 Sekunden. Ja. Wollen wir den im Norden noch kurz killen? Ja, ja. Lass uns los, oder? Lass uns los. Immer noch mit 18 Spielern hier gerade top bewertet, Alter. Gegner Team 4 auf jeden Fall schon komplett raus. Ey, ganz ehrlich, wir machen das gut als Leader. Wir machen das gut. Das sind die österreichischen Führungsqualitäten. Ah, Bro, Bro, Bro. Ganz schwieriges Thema. Der Typ wurde einfach zerlegt hier gerade. Ey, sind fast alle Teams weg. Guckt euch das an. Da oben ist noch eine Kette. 14 Spieler zu 17 Spieler. Das ist auf jeden Fall echt machbar. Hat jemand von euch eine Sniper oder sowas? Nee, ne? Nope. Ja, Benni lügt. Der hat eine. Nee, ich hab eine Scope da. Ja. Ja. Ja, okay. Die werden wahrscheinlich in Retail Row oder sowas hängen. Ja, ne? Ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Warte, wo geht die Zone hin? Ja, die werden da hängen. Retail Row. Shit. Äh, ne, das brauche ich. Guck mal, unser Team unten aus dem Wald kommt auch noch. Die werden gleich auf einmal, die werden auf jeden Fall... Links. Die werden campen. Im Wald, ja. Im Wald an. Bin gerade auf dem Weg. Wollen wir in den Wald hochlaufen? Ja, wirklich? Ja, ja. Guck mal, wie viele es dabei sind. Da ist einer, da ist einer. Hat so viele Hits bekommen, der ist tot. Rechts oben noch mehr. Achtung. Der ist tot, der eine. Was ist denn da oben? Wetter, da stehen jetzt 14 Leute vor uns. Unmöglich. Oh mein Gott, der snipet mich denn. Der wirft Granaten, Achtung. Hey Jungs, vorsichtig. Vorsichtig wegen Sniper. Ja. Seht da alle im Norden. Oh mein Gott, Hauptner, das ist dein Ernst. Ich hab einen gelockt. Was denn? Hauptner, das ist dein Ernst, du verreckst. Hä? Der ist tot hier. Noch einer, einer noch. Lol, Hauptner, was machst du? Ist doch nicht dein Ernst, Alter. Noch keiner tot. Also hier liegen vier Leute rum. 15 gegen 11, ist machbar. Ah, nice Revi, auf geht's. Da unten kriegt noch einer, den kannst du dir auch holen. Ja man. Raketenwerfer. Ich hole mir die. Oh mein Gott, die haben sich gerade gegenseitig die Sachen weggespringt. Das sind ein paar Idioten. Hat Fallschaden. Oh mein Gott, wo sind die? Hier unten ist einer, der ist genockt. Der andere ist auch noch irgendwo da unten. Ich hab ne goldene Scar. Ich komm nicht hinterher, es geht so schnell, Alter. Es ist so intens. Ja, Mann. Es lebt nur der Sexgegner. Ja, Mann. Es lebt nur der Sexgegner. Ja, Mann. Das war mein Knock. Ha. Nice. Hab ihn. Der nächste. Let's go. Ey, wir eliminieren hier einfach komplett, Mann. Wir resieren gegen den Strich und zurück. Ich laufe einfach nur hinterher. Ich laufe einfach nur hinterher. Ey, guck mal wie wir hier komplett das Ding holen, Leute. Was geht ab, Alter? Auf. Nordwest, Nordosten. Genockt. Jetzt hab hier keiner mehr in Retail Row campt oder sowas. Bestimmt campt er noch ein im Haus. Hier die letzten drei Gegner. Mhm. Ja, unser Mate. Alle vom selben Team. Was macht er hier? Einer bei mir, einer bei mir. Warte, Boost. Den holst du. Let's go. Oh mein Gott. Boah. Ich hab dich gesaved. Nein. Du hast reingestealt. Oh mein Gott, Hauptner. Der größte ehrenlose Move, den ich jeweils in meiner ganzen YouTube-Karriere gesehen habe. Hauptner. Das war so goddamn ehrenlos. Er bounced sich mit der Granate weg, damit er sich den Kill geiern kann. Und er war so low. Hauptner. Das ist unverschämt. As fuck, Bro. Oh mein Gott. Damit er zweistellig spielt, wisst ihr? Nein. Das ist so unverschämt. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Leute. Oh mein Gott. Mein nächster Play für mich. Toller Play war das Hauptner. Leute. Oh Gott, Alter. Glattresort, Mann. Ja, Mann. So, Cengiz. Ich hab einfach gar nichts gemacht. Cengiz ist einfach nur dabei gewesen. Ich war einfach nur dabei, ja. Leute. Auf jeden Fall stabile Runde, würde ich sagen. Ihr habt eben bei Mikis Runde gesehen, dass ich auch deutlich dazu in der Lage bin, mehr Kills zu machen, wenn er nicht ständig reingebated und geklaut wird. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Leute. Checkt den neuen Modus mal aus. Wenn man ihn im Viererteam spielt, macht er echt extrem Bock. Wenn man ihn im Einzelnen Swatch spielt mit random Leuten, könnt ihr euch einfach direkt das Leben nehmen. Macht's einfach nicht. In diesem Sinne, meine Freunde. Schaut bei den Buddies vorbei. Schaut bei Cengiz vorbei. Macht das gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.